So und weiter geht's. Hier ist der Tizi zurück mit Guacamele. Ich habe keine Ahnung wo wir stehen geblieben sind. Uns hat ein Drache verfolgt in der letzten Runde. Und dann sind wir zurück nach Santa Lucita. Ich guck mal auf die Karte. Na da sind wir ja auch. Warte mal, ich muss mich ein bisschen die Musik ein bisschen. So, jetzt verstehe ich das auch besser. Also wir sind zurück nach Santa Lucita, haben ein paar Sachen eingesammelt. 18% des Spiels erfolgreich abgeschlossen nach 3 Stunden 38. Ob das so richtig ist? Wo muss ich denn hin? Gehe zurück nach Santa Lucita und suche nach Hinweisen. Ja, wonach? Irgendwie was mit Skeletten oder so war das doch, ne? Die irgendwie irgendjemanden hier durchs Dorf getragen haben. Achso, ach, Kloschüsselman war doch hier. Den hatten wir ja schon. Aber ich glaube, die haben wir auch alle schon angesprochen hier. Dass du mir begegnest. Ja, ja, senor amor. Man könnte sagen, ich liebe es, meine Gegner zu breit zu schlagen. Du? Sei gegrüßt, Lujador. Ich bin Las Teclas del Mago. Wenn ich um Ring stehe, siehst du reine Magie. Oder dass du verlierst. Und du? Ähm. Lujador. Ein flammendes Scheusal von einem Mann stürmte durch die Stadt und verlangte unseren Schnaps. Gletterte ja so wie ne Party. Oh nein, egal. Er belagert meine Bar und droht alles niederzubrennen, wenn er nicht mehr Schnaps bekommt. Wir haben aber keinen mehr. Hilf uns. Por favor. Desert. in die Wüste. Ach Gott, der schon wieder. Ich habe beschlossen, Amateur-Schatzsucher zu werden. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was finde. Ist klar. Okay, wie war das nochmal hier? So, zack. Aha. So, und dann hatten wir noch den hier. Oh, alles klar. Äh. Achso. dasAKEILE! AMAZING TEQUILABRAUS! mhh, Viva, Viva! Los LIMONES MUTANTES ATTACKER! ooooohha. was kommt noch? Nein. Alter, was ist denn das? Hallo, hallo. Wollt ihr mich verkackeiert? Boah, komm raus, so blöde. Alter, was war'n das? Ein, ein Pizza und ich bin tot? Oha, ich ahne, ich ahne, ich ahne einiges. So, mehr. Wie, davon geht man auch tot? Oha, das war's schon. Oha. So, guck mal her, du blöde Blume. Boah, jetzt bin ich da auch noch gegengelaufen. Boah, davon geht man, also nee, also wirklich. Wollen wir stehen hier? Nee, da ist ein Haken. Mhm, 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 guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ah, komm mal, ich lauf hier einfach mal durch, hä. Die Kohle wollte ich haben, wir nicht. Wo war's das? Scheiße. Den grünen kann ich noch nicht zerschlagen, ne? Nee. Oh, Mist. Hat mich der Olegaten-Spieß erwischt da. Ich dreh durch. Okay, die Vögel, die sind sicherlich nicht so dramatisch. Bei dieser blühen Blume weiß ich nur noch nicht. Oh, Mist. Was? Geht da durch? Was ist denn für ein Kacker? Zwei Wiesen, ey. Ohje, ohje, ohje. Ich sehe schwarz. Ganz schwarz. Ohje, ohje, ohje. Blöde Blumen, wie kriegt man die denn? Okay, die kriegt man nicht so ohne weiteres. Hup. Hup. Noin. So, numero uno. Ja, blöde Blumen, aber kriegt man die denn? Hm. Muss ich da die Blume wieder irgendwie da rausziehen, oder? Ne. Vielleicht muss ich die auch gar nicht kriegen. So, holen wir uns erstmal hier die Monitas. Pam. So, wo ist der andere blöde Vogel hier? Da oben war er. Alter. Oh, Mist. Oh. So, komm. Komm. Booty, 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 booty. Löder Vogel. So, wenn ich jetzt wieder so ruhig bin, ist das alles der Konzentration geschuldet. Das ist aber klar. Wo ist denn der blöde Vogel jetzt hier? Komm. Komm. Alter. Warum ist mein Gesichtsfeld so eingeschränkt? Träume ich das oder was? Mist. Ja. Okay. Jetzt frei. Ist das überhaupt der richtige Weg? Muss ich denn überhaupt noch diese blöden Pflanzen belädigen? Ich weiß es nicht. Guck mal, wir können noch zurück. Keine Sorgen. Ja, ist ja okay. Dich hatten wir auch schon. Das auch schon. Ach, wer bist du? Man sagt, Carlos Calasar sei vor Jahren ein echter Mensch gewesen. Sehr interessant. Wo hat der sein T-Shirt gelassen? Hola, compadre. In der Bar steht ein Mann in Flammen. Es könnte einer von Calacas Schergen sein. Das könnte wohl sein. Ein Landungsbar riecht heute Nacht verbrochenen Blasen und verbrannten Gästen. Guacala. Aha. Okay. Da waren wir schon. Warte mal, ich könnte auch. Hier. Ach, dort waren die spielende Kinder. Die hatten wir auch schon. Hier ist Energie. Wäre schön. Tequila. Tequila. Oh, guck mal hier. Warte mal. Ne, warte mal. Ach, da komme ich von unten, ne? Weil das nützt mir nischt nach oben. So ein Mist. Ne, nützt mir nischt. Da werde ich wohl irgendwann von unten kommen. Ähm. So, dann gehen wir mal in die Bahn, ne? Äh, hatten wir den schon? Ich würde nicht hineingehen, wenn ich du wäre. Ich bin aber nicht du. Oha. Ein Barman. Ein Barman! Bekommt man überhaupt etwas zu trinken? Machst du was an der Hand? Blöd Mann, wirst du doch brennen. Wie? Knirscht aber ein bisschen. Junge, bringst du meine Tequila? Was ist das? Sowas wie ein Witz? Ähm. Ja, wollte ich aber auch lachen. Noch so ein Lushador, der verbrannt werden will, wie die widerlichen Huervos Elancheros, die hier das als Essen durchgehen. Keine Ahnung, was du meinst. Akiva! Ach, diese verfluchten Kopfschmerzen. Die Prohibition in meinem ersten Leben war echt übel. Wenn ich wäre tot geblieben, hätte ich gewusst, dass das alles ist, was die Gegenwart zu bieten hat. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Weglaufen. Was willst du überhaupt? Wenn du es unbedingt wissen willst, der Teufel hat mich verflucht, sodass mein Kopf ewig von Flammen und Geheben ist. Geht auch scheiße aus. In meinem ersten Leben dachte ich, Menschen zu verbrennen, würde ihm schmeicheln, aber offenbar muss er zwanghaft der Einzige sein, der andere leiden lässt. Ach so, einer war also ein Teufelsanbeter. Oder er war es zumindest, bis Kalahasa ihm ein Ende bereitete. Oha. Leider kann ich meinen Fluch niemals brechen, aber wie im Leben macht ein Dring alles erträglicher. Hört ja auch oft zu sappeln. Es gibt zwar keinen Schnaps in der Hölle, aber sind die Welten es vereint? Oh, das Feuerwasser wird fließen. Du hast mich wirklich zum Lachen gebracht, Luchador, aber du hast auch mehr als genug meiner Zeit verschwendet. Dieser Kater verschlimmert jeden vergeudeten Moment und ich freue mich nicht gerade darauf, den ganzen Nachmittag in der Wüste zu beraten. Du nimmst doch einen Abschiedsschuss mit mir, oder? Wie wird man? Ja, alle, ne? Keine Munition! Was soll das? Oh, Mann. Trottel. Tja, das Schicksal hat dich verschont, Luchador, aber glaub mir, du wirst es noch bereuen, wenn die Zeche kommt. Hier, kauf dir einen Drink, entspann dich lieber ein wenig. Ich versichere dir, dass in der Wüste nichts Interessantes vorgeht. Aber dick möchte ich Kohle und haut ab. Finde einen Weg in die Wüste, um Flammengesicht zu verfolgen. Drücken, um Kater anzusehen. Nö. Oh. Uff. Gibi. Wisse, nicht einfach rauslaufen. Echt toll, wie du das Flammengesicht losgeworden bist und all das, aber ich muss dich was fragen. Wurde du so als Kind vor Schusses Statuen gemobbt oder so? Du scheinst sie nämlich immer unbedingt zertrümmern zu wollen, Mann. Ich wollte dich ein Weh... Was? Ich sollte dich hier ein Weilchen verrotten lassen. Aber ich komme zu spät zu meinen Soaps. Verwende links nach unten und B in der Luft, um meinen patentierten Frosh-Slam auszuführen. Ah, für die Grünen endlich. Nach unten, B. Frog-Slam. Frosch-Slam. So, jetzt geh Luchador. Nö, ich geh jetzt mal hier hin. Was sagst du hier? Warte mal nach unten und B. Warte mal nach unten und B. Ne, lass uns nach unten und B. Ne, lass uns nach unten und B. Nach unten und B. Okay. Dann geht das wohl jetzt im Moment noch nicht. Nö. Es geht wohl nicht. Ich guck jetzt erstmal da. Naja, da oben ist Flammengesicht am Notausgang. Dann düsen wir da mal auch hin. Nö. Ne, das geht hier nicht. Komm. Macht keinen Sinn. Aber wir haben wieder Move gelernt. Gibi. Achso. Pam. Äh. Hallo? Wie war das? Ach, in der Luft. L und B in der Luft, um zu slammen. Okay. Das ist der Unterschied. Ich muss also erstmal hüpfen und dann... Errungenschaft freigeschaltet. Bauch-Platscher. Yeah. Oh. Wie lange sitzt du denn da schon? Willkommen. Hier lebe ich mit meiner Fasssammlung im Schutz der Bar. Oha. Interessant. Oh. Jump. Äh. Falsch. Nochmal falsch. Warten. Jump. 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 Pan. Uh. Super. So Energie habe ich noch genug. Also lassen wir die mal stehen. Wir springen wieder. Oha. Alter. Was hat mir hier alles versteckt? Unlücklich. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Pan Pan. Und jetzt kann ich da lang gehen oder da lang? Dann gehe ich erstmal da lang. Gibi. Uuuuuh. So. Kohle gibt es ja jetzt echt genug hier. Kann man hier unten? Nein kann man nicht. Egal. Pam Pam Pam. Die Sprünge sind schon echt genial. Dass er die kann. So. Und wir springen wieder. Wir springen und machen diesen hier. Zack. Pam Pam. So. Und jetzt aber den anderen wieder. Genau. Cool. Ach da waren wir vorhin. Genau. Wie. So einfach ist das. Wisst ihr was? Vorsichtshalber. Vorsichtshalber. Machen wir den hier. Nein. Man weiß ja nie. Also mindestens genauso gute Musik wie bei Big Buddy. So. Up to the desert. Jetzt kommen wieder nicht nochmal diese ganzen Vögel. Oh doch. Ah ne. Ah Mist. Ah. Kannst du richtig fahren? Alter. 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 Was ist denn das? Vor allem. Wie komme ich denn hin? Ach. Die dreht sich um. Äh. Werfe Geschosse auf den Kaktus zurück um sie zu gewinnen. Ach so. Ach deswegen. Ach so. Okay. Na los dann guck mal her ihr. Troll hier. Hallo. Ah. Aber ganz ungefährlich ist das nicht ne? Ne ist das nicht. Jo. Jo. Oh noch. Oh noch. Errungenschaft freigeschaltet. Bumerang. Komm her du Knallfrosch. Oh. Okay. Muss ich nochmal ein bisschen. Ach. Ach. Nicht hoch genug. Oh. Zu hoch. Ja. Ja. Mist. Fast. Ja. Hehehehe. Jetzt geht es mal los. Nein. Scheiße. Warte. Das dauert noch. Mit dem Verkackern. Alter. Alter. Ich ahne schon wieder was. Es wird wohl eine längere Runde hier. Okay. Die hätten wir. Mist. Ah. So ein Mist. 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 Ah. Nee ne. Ehrgerlich. Kannst du spüren nochmal. Ja. Na gut. Jetzt wissen wir übrigens worum geht. Mist. Ah. Ich krieg den immer nicht. Mist. Ah. Ah. Da war er eben. Ja. Mist. Alter. So schnell kann doch keiner hier. Natürlich zurück gehören. Weiß ich doch. Aua. Achso. Nur die gelben. Ah. Ah. Bin ich mal an den roten gelaufen. So ein Blödmann. Oh. Fast richtig. Ah. Mist. Ja nicht. Mist. Mist. Hm. Hast du das? Mastersos. Ach Gott. Oh. Ich lege yet . Ich lege töh. Ist das relativ. Oh. Müsli aufstalg Bart Kids. Ja, Mist, da war doch hier. Oh, vergiss es, ey. Okay, wir sollen wohl nochmal einmal haben. Ach, wir sind auch rin gelaufen. Okay, sorry, Freunde. Hier nochmal. Also nur die grünen. Schon fertig? Aha, Mist. Na, komm. Mist. Ach, Mensch, wo bringt der denn immer weg? Ja, komm, da war er doch eben, Mensch. Verdammt. Ja. Oh, wieder nicht. Dreh durch. Ja. Mist. Gepennt. Gepennt, gepennt. Oh, Mann, ey. Nein. Oh, Mist. Mist. Leute, ich bin gerade ein bisschen schweigsam, weil ich komme nicht weiter. So ein Mist. Gut, dass ich vorhin nochmal gespeichert habe. Ach, Mist, wieder reingelaufen. So ein Mist. Oh, Mann, ey. Warum springt der denn nochmal wieder um? Guck mal, habt ihr doch gesehen. Ja, das habt ihr auch gesehen, ne? Na, los, komm, wirklich. Also, los, jetzt, komm. Ey, warum springt der denn nicht nach oben? War es zu einfach, wer? Guck mal, ich habe den noch nach oben gezeigt. Ey, vorhin hat er den doch auch ständig nach oben geworfen. So. Mal los. Ich verstehe nicht. Halt ich den Controller falsch irgendwie? Hm. Ich verstehe nicht. Ja, Leute, ähm. Könnt ihr vorspulen, ne? Drückt mal auf Skip oder so. Ich kriege den da jetzt irgendwie. Hm. Dein. Na, komm. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah. Ja, jetzt. Yeah. Ja. Ja. Nee, ne? Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich mache mal eine Pause an dieser Stelle. Ähm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wie süß. Vielen Dank.